Ich habe die Gehälfte der Kulotte an, die wir in der letzten Lektion kreiert haben. Seht, wie sie in Bewegung aussehen. Ich möchte, dass der Kameramann mich in Bewegung aufzeichnet, damit ihr es sehen könnt. Die Überlappungen flattern so schön während der Bewegung. Hinten sieht es wie eine gewöhnliche Kulotte aus. Es gibt keine Seitennähte, aber die Vorderhose geht sehr tief unten drunter und die Hinterhose bedeckt die Seitennaht. So wird es nicht passieren, dass das Bein entblößt wird. Nichtsdestotrotz seht, wie komfortabel die Kulotte ist. Seht, wie es in Bewegung aussieht. Eine sehr festliche Kulotte. Ich bereue schon, dass ich so ein Giftgrün gewählt habe. Wäre die Farbe etwas anders, dann würde ich sie auch dort anziehen. Ich glaube, ich werde sie mir aus einem anderen Stoff nähen. Die Länge entscheidet ihr nach eurem Bedarf. Hier mache ich keine Empfehlungen. Manche mögen bis kurz unter dem Knie, die anderen mögen Medium und die anderen mögen sehr lang. Jeder wählt das, was ihm steht. Einige haben schon nach unseren vorherigen Anleitungen genäht und da wurde die Länge unterschiedlich gewählt und es sah sehr gut aus. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war sehr zufrieden. Ich möchte ein wenig über die Verarbeitung sprechen. Die grundsätzlichen Varianten der Verarbeitung, wer noch nicht viel Erfahrung im Nähen hat, kann man Ton in Tongarn mit der Overlock versäubern und 7 mm umschlagen und absteppen. Akkurat bügeln ist okay. Wer etwas erfahren ist, kann man in passender Farbe mit Schrägband aus Chiffon vernähen. Das wird auch gut aussehen. Man kann mit breiten Belegen vernähen. Hier wird eine Ziernaht verlaufen. Das wird auch schön aussehen, besonders wenn die Naht richtig ausgeführt ist. Man kann auch alle Schnittteile komplett unterfüttern. Das ist eine komplizierte Schneiderarbeit. Hier muss man schon gute Kenntnisse haben, um es machen zu können. Wenn es so aufgeht, wird das Futter zu sehen sein. Das komplette Schnittteil ist unterfüttert. Aber das ist in der Pflege und auch in der Anfertigung kompliziert. Na, das ist schon, weiß ich nicht. Na, wer es kann, kann es machen. Der Bund. Es kann mit Bund sein oder auch ohne und nur mit Beleg. Es sieht auch sehr schön aus, wenn man mit schmaler Spitze vernäht. Aber in diesem Fall muss das Oberteil schlecht sein. Schlichtes Hemd oder T-Shirt oder Bluse, dann ist die Spitze hier zulässig. Wenn man hier bunte Streifen macht, so erschwert es auch die Arbeit. Es würde die Überlappung von der Hinterhose optisch trennen. Bei diesem Modell ist es besser, auf die Streifen zu verzichten. Ich möchte hinzufügen, dass ich sehr viele Modelle de culotte im Kopf und in der Fachliteratur habe. Schritt für Schritt werden für Abwechslung sorgen. Wir werden uns vom Einfachen zum Schwierigen bewegen. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass ich jedes Mal etwas komplexere Themen durchgehe. Wer es schafft, sich für Silvester zu nähen. So werde ich sehr glücklich sein. Wer es für Silvester nicht schafft, so könnt ihr euch in den Ferien damit beschäftigen. Ich habe hier ein Bild. Ich habe es aus der Zeitschrift in Style ausgeschnitten. Kulotte Pone Skade Kosten 920 Euro, auch 980 Euro. Genau dieselben, die wir mit euch kreiert haben. Wer eine Kulotte hat, kann die Kulotte so mit Pailletten verzieren. So bekommt ihr einen festlichen Outfit. Wer keine Kulotte hat, so könnt ihr unser Tutorial anschauen und euch eine nähen und mit Pailletten verzieren. Ein Paillettenstreifen. Seht, wie festlich es aussieht. Näht sie mit Futter. Näht euch ein qualitatives Kleidungsstück. Ich freue mich, dass ich es euch gezeigt habe, denn wir alle schauen uns die Modezeitschriften an, aber man muss auch noch die richtige Seite finden. Ich freue mich für alle, die es sich kaufen können. 980 Euro für die Kulotte Pone Skade. Ich kenne sehr viele, die es sich leisten können, aber wir gehen mit euch einen anderen Weg. Wir verwenden unseren Grundschnitt mit genauen Berechnungen und kreieren problemlos viele Kulot. Ob festlich oder für den Alltag mit oder ohne Pailletten, heute sind wir eine mit Überlappung durchgegangen. Dieses Thema lassen wir nicht fallen, in Zukunft werden wir uns weiterhin damit beschäftigen. Zurzeit gibt es viele Psychologen für Frauen und sie lehren uns, dass es ein Privileg ist, eine Frau zu sein. Vielleicht ist es auch ein Privileg. Ich habe mich da nicht so intensiv damit beschäftigt. Das mache ich aber noch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Etwas mit eigenen Händen machen zu können, ist ein großes Privileg. Wenn wir etwas für uns selbst machen können, sich etwas Schickes nähen können oder für die Freunde und Familie, Kollegen, sich etwas Neues zu nähen und damit den anderen Freunden zu machen, das ist unser Privileg. Ich freue mich, dass ich euch eine einfache und schlichte Kulot erklärt habe. Ich freue mich, euch diese fabelhafte Kulot mit Überlappung erklärt zu haben. Seht, wie sie sich in Bewegung verhalten. Ich freue mich, euch dieses Bild gezeigt zu haben. Dieses Modell kann jede von uns nähen. Mit Hilfe meiner Lektion. Ich bin glücklich. Alles Gute. Mit euch waren Irina Baugste und unser ganzes Team. Kulot im Schick. Kulot im Schick. Kulot im Schick. Kulot im Schick. Vielen Dank.